Wir haben jetzt gerade ziemlich genau 6 Uhr. Die Pegida Demo, die fängt gleich um 18.30 Uhr an. Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ein kurzer Einblick hier, was hier gerade vonstatten geht. Ich bin 35 Schritte ungefähr entfernt von dem Wagen von Pegida und jetzt haben wir 35 weitere Meter entfernt der Super-Hightech-Wagen, vermutlich der Stadt Dresden. Und eben hat das Glockengeläut der Frauenkirche hier aufgehört. Ich nehme mal an, der Radau geht los, wenn es um von hier drüben, wenn es auch hier losgeht. Das ist meine These, die ich hier habe und erst einmal soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.